Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein aufgebraucht Video von mir und zwar habe ich aufgebrauchte Babyprodukte heute. Mampfi, Windeln und Co. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr dran bleibt, genau. Ich habe mir einen Kommentar von einer Zuschauerin zu Herzen genommen. Danke dafür, dass ich aus meinen Milchpackungen einfach was ausschneide und nicht die ganze Packung aufwahre. Ich weiß nicht, warum ich so doof war und das überhaupt gemacht habe. Ich habe jetzt auf jeden Fall gelernt und habe immer nur was ausgeschnitten. Bei den Packungen, die zu Essen gehören, also nicht Milch in Unmengen sind, da habe ich jetzt die ganze Packung hier behalten, einfach um euch das, ja, falls ich da irgendwas Falsches ausschneide, um euch einfach das komplette Produkt zeigen zu können. Wie auch immer und weil davon halt nicht so viel anfällt. Und ich habe jetzt auch noch nicht vorsortiert, 12 Packungen Windeln, 300 Packungen Milch, sondern wir greifen hier einfach rein, ich zeige euch die Produkte und dann können wir am Ende mal schauen, wie viel Milch und Co. wir zusammenbekommen. Deswegen starten wir auch ganz schnell, damit das hier flott vorangeht. Also, wir haben aufgebraucht von Milupa einmal diesen Milchbrei, milde Früchte, guten Morgen steht da extra noch mit drauf. Den haben wir tatsächlich auch zum Frühstück gegessen, also der Kleine zum Frühstück gegessen. Und das ist schon mit Frucht wohl, aber der Kleine mochte das pur leider überhaupt nicht. Ich habe es mehrmals versucht pur, fand er nicht gut. Wenn ich dann so ein halbes Gläschen, ich weiß nicht, Apfel, Birne, Aprikose, sonst was reingekippt habe, dann mochte er es ganz gerne, dann hat er es aufgegessen. Aber ich habe zu einem gewissen Punkt schon gedacht, dass wir es wegtun müssen. Also das war ihm, ja, das war ihm langweilig, ohne Frucht. Oder beziehungsweise es hat ihm halt einfach nicht so gut geschmeckt. Ich fand es jetzt auch nicht so super, aber mit Frucht war es für ihn halt okay. Was ich toll fand, war die Verpackung. Hier hat hier oben so ein frische, hier so ein Zipperteil, was man wieder zumachen kann. Das finde ich persönlich total klasse, weil man dadurch irgendwie immer das Gefühl hat, es ist dicht. Das ist ja bei manchen anderen Packungen nicht. Also ich würde durchaus von Milupa auch nochmal was nachkaufen und nochmal schauen, was es da für Auswahl gibt. Was er nicht mochte, und da musste ich jetzt auch welche wegtun, weil es einfach dann auch zu trocken wurde. Also, weil es wie gesagt, zu trocken ist ja so eine Sache, aber es war halt nicht mehr schön. Das sind hier diese Minis, wie wachs von Babydream. Ja, ideal für kleine Hände, okay. Aber der Kleider fand die so langweilig. Also, ich glaube, der hat sich nicht mehr die Mühe gemacht, die aufessen zu wollen. Er hat die zwar auch in den Mund gesteckt, und ich habe auch manchmal versucht, ihm ein bisschen was Kleineres davon zu geben, aber er fand die total langweilig und uninteressant. Da ist er eher ein Fan davon, dass er sein Brot bekommt und da immer so kleine Stückchen bekommt. Oder von anderen Snacks. Ich glaube, ich habe hier vielleicht auch noch andere Snacks, die ich euch zeigen kann. Also, ja, die brauche ich nicht wieder kaufen, zumindest jetzt im Moment. Vielleicht mal in einem halben Jahr oder ein paar Monaten. Aber jetzt im Moment findet er Zwieback total unattraktiv. Aber er hat halt auch immer noch keine Zähne, ne? Das muss man dazu sagen. Vielleicht, wenn er Zähne hätte, hätte er da mehr Interesse dran, könnte er auch ein bisschen beißen. Ohne Zähne ist Zwieback halt auch anstrengend, denke ich. Genau. Dann haben wir hier schon die erste Packung Milch. Wie gesagt, Baby Vita-Folgemilch Nummer 2 benutze ich da immer. Die packe ich mal hier an die Seite und sammle hier mal ein bisschen. Genauso wie das werde ich auch gleich sammeln von Baby Love. Einmal die Sensitive Folgtücher. Das ist diese blaue Sorte. Also dieses Design halt. Ich meine, ich habe noch welche da in einer anderen Sorte. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Aber die kaufe ich eigentlich meistens. Die gibt es beim DM im Viererpack. 2 Euro irgendwas kostet das Viererpack, glaube ich. Preisleistung super, alles bestens. Kann mich nicht beschweren. Dann habe ich hier 2 Packungen von Baby Vita Milchbreigries. Und das, Leute, also ich finde, das schmeckt sehr lecker. Es riecht lecker. Es ist super einfach zuzubereiten. Also bei manchen von diesen Gries-Sachen oder überhaupt Breisachen, da muss man so und so viel Milch, so und so viel heißes Wasser aufkochen mit dem, dann dies, dann das. Hier mache ich einfach in eine Schale ein bisschen von dem Pulver. Und ich mache das auch Pima Down, bin ich ganz ehrlich. Und dann gieße ich da heißes, abgekochtes Wasser, was ich sowieso in der Thermoskanne habe, gieße ich da einfach rein und dann ist es gut. So. Mal kriegt der Frucht da rein, Fruchtbrei, mal nicht. Er mag das aber auch pur ganz gerne und das kaufe ich immer wieder nach. Das finde ich total klasse. Da sind 500 Gramm drin, aufgeteilt in zwei Beutel. Total super. Genau. Dann haben wir hier eine Packung Pampers Baby Dry. Nummer 5 haben wir mittlerweile. Ja, was soll ich sagen? Er sind Klops. Genau. Ich glaube, viele Pampers, naja, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, was kommt. Dann haben wir aufgebraucht von Babytime. Ich weiß gar nicht, von wo wir die haben. Naja. Auf jeden Fall von Babytime so eine Packung Wattestäbchen. Total süß. Das sind halt diese Babysicherheits-Wattestäbchen mit diesem dicken Eumel dran. Haben wir aufgebraucht. Wir haben jetzt die zweite Packung. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein hoher Verschleiß ist oder nicht. Er ist jetzt zehn Monate alt. Das ist die erste Packung, die wir aufbrauchen. Ich glaube, das geht noch, ne? Ich habe das Gefühl, ich mache meinem Kind voll selten die Ohren sauber. Bei mir selber mache ich wirklich jeden Tag mit Wattestäbchen die Ohren sauber. Ich bin da sehr anfällig. Also, ich mag es nicht, wenn meine Ohren nicht Wattestäbchen gesehen haben. Mein Freund zum Beispiel hat vom Arzt den Hinweis bekommen, er darf das nicht mehr mit Wattestäbchen machen. Er muss das mit dem Handtuch höchstens trocken machen. Oder, ne? Also, darf da nicht großartig rumreinigen. Weil er irgendein Problem mit seinen Ohren hat, der muss auch regelmäßig zur Ohrenreinigung. Finde ich super eklig. Also, der Gedanke, dass ein Arzt mir da Wasser reinspült. Uuh. So, aber so sind halt die Ohren unterschiedlich. Und ich möchte bei meinem Kind ungern dafür sorgen, dass er da auch irgendeine Empfindlichkeit oder so hat. Deswegen mache ich die Ohren halt nur sauber, wenn ich ihn auch bade. Beziehungsweise halt, ja, wenn ich das Gefühl habe, die müssen sauber gemacht werden. Und nicht einfach so jeden Tag. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das bei euren Kindern Hand habt. Oder falls ihr mal irgendwas gehört habt, wie man es richtig machen sollte. Keine Ahnung. Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. So, BB-Vita-Folge-Milch Nummer 2. Packung 2. Dann haben wir hier von Hipp Bio-Dinkel Haferringe. Die hatten wir im Adventskalender von meiner Tante. Hat er aufgegessen? Ja. Aber fand er anstrengend. Also, wie gesagt, er hat keine Zähne. Das sind halt so Ringe, wie die, die man auch von, weiß ich nicht, Crunchchips oder was ist das für eine Marke? Also die, die es auch für Erwachsene gibt, ne? Da gibt es auch so Ringe. So ähnlich sind die auch. Bisschen größer. Aber halt, also wenn man die ganz isst als Kind, dann ist es so, ich ersticke gleich. Ich musste die also immer einmal durchbrechen. Das finde ich schon irgendwie blöd, wenn man etwas extra vorher noch präparieren muss, um es dem Kind zu geben. Und, ja, also sie waren okay, aber ich muss sie nicht zwingend nochmal kaufen. An sich, die Sachen von Hipp sind ganz super zum Knabbern, aber dieses hier halt jetzt nicht unbedingt. So, dann haben wir hier von DM Bio Grieß Getreidebrei ausprobiert. War, glaube ich, ganz gut. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Also, wird nicht super schlecht gewesen sein. War ganz gut, aber ich habe halt wahrscheinlich immer im Hinterkopf gehabt, dass dieser Milchbrei hier einfach lecker ist. Und, ja. Ich probiere mich da ja auch gerne durch oder probiere, lasse den Kleinen durchprobieren. Kauf immer mal wieder, aber, ja. Ja, ja, ja. So, wir haben als nächstes hier von Köln einmal die Schmelzflocken, die originalen, diese blaue Packung. Wenn wir welche kaufen, kaufen wir in der Regel die blauen. Ich habe auch die anderen, ich glaube, die grünen. Ich glaube, grün und orange gibt es noch oder so. Oder grün und braun. Habe ich auch schon mal ausprobiert, aber ich finde, die blauen sind am besten. Und das machen wir halt wirklich, dass wir im Topf ein bisschen Wasser, also so, wie es hier hinten drauf steht, machen wir es. Die milchfreie Getreideobstbrei-Variante, weil er tatsächlich noch keine Milch bekommt, noch keine volle Milch. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht mal bald damit anfangen, aber im Moment hat er halt, also auch kein Milchpulver oder sein, ne. Das mische ich nicht. Ich mache, wenn er Brei bekommt, immer Wasser und das Breipulver. So. Weil ich auch finde, dass das völlig in Ordnung ist und er ist schon mobsig genug. Er muss nicht auch noch überall dicke Milch mit reinkriegen. Genau. Aber die mag er auch ganz gerne. Von der Konsistenz her dachte ich immer, oh, das wäre zu stückig für ihn, weil ich das ja vor ein paar Monaten schon gegeben habe. Ist gar kein Problem. Aber steht auch nach dem vierten Monat. Also dürfte es auch kein Problem sein. So. Hier habe ich jetzt tatsächlich doch ein bisschen sortiert scheinbar. Dann können wir auch gleich mal zählen. Also zwei hatten wir ja schon. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Äh, ich weiß nicht genau, wie der Abstand ist jetzt zu dem letzten. Aber ich behaupte mal, zu dem letzten Aufgebraucht-Baby ist ein gewisser Abstand. Zwölf Packungen haben wir aufgebraucht. Ich habe das Gefühl, ich gebe ihm voll selten Milch. Also tagsüber kriegt er, ja, wenn er Mittagsschlaf oder so macht, dann kriegt er halt nochmal eine Milch. Und nachts trinkt er auch viel weniger. Also ich habe das Gefühl, das zeigt sich überhaupt gar nicht. Aber eigentlich trinkt er kaum noch Milch. Ich, na gut, wir gucken mal, wie sich das in den nächsten Videos so entwickelt. Und dann mal schauen. Ich versuche jetzt wieder regelmäßig zum Ende des Monats hin, so ein Aufgebrauch zu machen, damit wir eine gewisse Kontinuität da drin haben. Und dann gucken wir mal. So. Ach, ich glaube, die Männer sind auch gerade aufgewacht. Also müssen wir schnell machen, sonst kommen sie hier gleich rein. Ähm, das haben wir nicht aufgebraucht. Das möchte ich aussortieren. Von Freyöl, Babypflegecreme, ähm, 24 Stunden Feuchtigkeit, bla bla. Riecht nicht gut. Also, ich mag den Geruch einfach nicht. Ich habe es ausprobiert, ein, zwei, drei Mal. Und ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich möchte nicht, dass mein Baby so riecht. Ähm, das tut mir leid, aber ich muss es leider aussortieren. Ich habe es halt auch schon Ewigkeiten und habe es dann immer, ne, mal benutzt. Und deswegen, ich möchte das jetzt auch niemandem anbieten. Ich wüsste auch nicht wem. Und dann entsorge ich es halt einfach. Weil, wie gesagt, ich kann es auch nicht bei mir benutzen, weil ich den Duft einfach nicht gut finde. Und mein Baby soll nach schön riechendem Baby riechen. Ja. So. Dann habe ich, oh, mhm, cool. Dann bin ich voll mit Krümeln. Dann habe ich hier nochmal ein paar Feuchttücher. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, falls da nicht noch welche kommen, haben wir insgesamt sechs Packungen Babylauf-Feuchttücher. Dann kommen hier noch ein paar Pampers auf jeden Fall. Pampers Baby Dry, da hatten wir noch eine Vierer-Packung. Die haben wir auch gebraucht. Ich mache auch gleich mal hier mit den Windeln weiter. Wir haben Rascale & Friends gehabt. Hatte ich ja mal irgendwann, weil die so günstig waren, gekauft. Eine Vierer-Packung. Da muss ich sagen, an sich finde ich das Design total schön. Also auch hier schon. Und auch auf den Pampers, also auf den Windeln, finde ich das Design schön. Die sind irgendwie fester und robuster. Der erste Eindruck ist so, wow, was ist das denn für eine Windel? Aber der zweite Eindruck ist leider, es ist super anstrengend. Also, ich kriege die Klebedinger da nicht so gut ab wie bei einer Pampers. Und das ist alles irgendwie, das fühlt sich anders an. Also, nee, es tut mir leid. Ich bin da leider eher der Pampers-Fan. Oder jede andere Windel. Aber die sind halt nochmal sehr eigen. Ihr dürft die gerne alle mal ausprobieren und euch eure eigene Meinung bilden. Auf jeden Fall. Wie gesagt, schön sind sie definitiv. Und auch besonders, finde ich. Aber überhaupt nicht mein Ding. Also, ich würde sie leider nicht wieder kaufen. Sorry. So. Ich hatte auf jeden Fall noch einen Big Pack. So einen Doppelpack mit Vierer Pampers. Die habe ich auch aufgebraucht. Und damit sind wir mit dem Thema Vierer Pampers durch. Ich glaube, ich habe noch zwei, drei an der Wickeltasche, die irgendwie damals nicht benutzt wurden. Und die würde ich jetzt noch mit benutzen. Das passt gerade noch so. Für einen Ernstfall. Und dann haben wir halt nur noch Fünfer. Genau. So, dann habe ich hier noch so eine kleine Packung. Babydream feuchte Waschlappen. Die waren, glaube ich, auch im Adventskalender, meine ich. Und die haben wir einfach aufgebraucht. Und ja, sowas kann man immer gebrauchen, ne. Würde ich auch durchaus immer nochmal nachkaufen. Egal von welcher Marke. Einfach, dass man mal die Hände sauber machen kann. Mal durchs Gesicht wischen kann. Wie auch immer. Ich glaube, das hier war es, was mir gerade über die Beine gekippt ist von HIP. Diese Bio-Hirselstangen. Die waren tatsächlich ganz gut. Das ist wie dieses Puffoletti eigentlich. Und hier haben wir auch nochmal sowas. Knusperssnack Apfel-Banane von Babydream. Das ist ja schon ähnlich, muss ich sagen. Und ja, das sind alles Sachen. Also die habe ich im Adventskalender, glaube ich, beide gehabt. Oder habe ich die selber gekauft? Weiß ich gar nicht genau. Also mit Apfel und Banane würde ich sie, glaube ich, nicht zwingend nachkaufen. Sondern eher sowas Neutrales. Aber ja. Hat er alles gegessen. Fand er alles gut. Kein Problem. Was ich jetzt gekauft habe, ist einmal Puffoletti. Quasi einmal in Würmchenform. Das liebt er. Da kriegt er immer einen halben Wurm auf einmal. Noch keinen ganzen. Und ich habe jetzt heute so einen riesigen Puffoletti gekauft. Da bin ich sehr gespannt, wie er die findet. Dann haben wir einmal Otreven hier aufgebraucht. Dieses Schnupfen-Nasentropfen-Zeugs. Ja. Was soll ich sagen? Der Kleine hat nachts oft eine verstopfte Nase. Und hat immer mal Probleme damit. Und der Arzt hat es verschrieben. Wir haben ein langes Thema irgendwie gehabt. Ich war dann wieder beim Arzt. Dann war ich beim HNO. Der hat geguckt. Und der hat halt auch nur gesagt, maximal dieses. Was anderes könnt ihr nicht tun. Okay. Also er hat jetzt immer mal eine verstopfte Nase. Mal auch nicht. Es geht mittlerweile wieder ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Wir versuchen auch, das Schlafzimmer sehr kalt zu halten. Das bringt nichts, weil er schläft irgendwie mit dem Kopf nach unten und eingekuschelt. Und ist ihm völlig egal. Naja. Solange es ihm gut geht, ist ja alles in Ordnung. Und solange der Arzt nicht sagt, dann liegt irgendwas Schlimmes vor oder so. Dann ist das so. Genau. Dann haben wir auch noch einmal Dentinox aufgebraucht. Er hat noch keinen Zahn. Aber wir haben ab und zu mal das Gefühl, dass da so Anzeichen sind und dass es ihn entspannt. Gerade auch nachts manchmal. Und dann kriegt er ein bisschen von dieser Creme in den Mund und dann ist es gut. Und ja, eine haben wir halt aufgebraucht. Obwohl, wartet mal. Vielleicht habe ich euch auch neulich schon eine gezeigt und das ist jetzt nur die Verpackung von der zweiten. Das kann auch sein. Also insgesamt haben wir seit seiner Geburt erst eine aufgebraucht. Noch keine zwei. Falls ihr also neulich schon mal eine gesehen habt, dann habe ich aus Versehen vielleicht nur diese Packung hier reingepackt. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ist ja auch egal. So, und dann aufgebraucht diese Baby Vita Beerenkekse. Die sind super klasse. Die habe ich bisher nur bei Penny gesehen. Habe ich jetzt auch wieder zwei Packungen, glaube ich, nachgekauft. Einfach, weil die super lange haltbar sind. Also das ist bis 8,22 und das, was ich jetzt gekauft habe, glaube ich, bis 23 haltbar. Ab dem achten Monat, das sind halt so Kekse in vier frische Packs. Also vier so kleine Päckchen. Wo dann in vier, fünf, sechs, keine Ahnung. Steht das hier drauf? Ich glaube, vier oder fünf Kekse jeweils drin sind. Die findet er super toll. Die liebt er. Der Hund von meinen Eltern übrigens auch. Der findet die auch ganz geil. Genau. Und dadurch, dass das so kleine Pakete sind, finde ich das super gut. Kann man dann auch mal sich in eine kleine Tuberdose oder so packen. Oder einfach dieses Paket an sich mitnehmen. Also, wie gesagt, bei Penny gibt es die. Sonst habe ich die persönlich noch nirgendwo gesehen. Die sind super lecker. Also für ihn. Für mich sind die ein bisschen langweilig. Aber gut. Und ja, das war mein Aufgebrauch für heute. Ein bisschen mehr Auswahl als sonst, finde ich. Nicht immer nur feuchtiger Windeln. Mich. Und ich versuche natürlich auch von allem immer ein bisschen was zu benutzen. Und ja, auch mal ein bisschen Abwechslung für ihn reinzubringen. Aber bei gewissen Sachen, bei Pampers zum Beispiel, ist es so, habt ihr ja mit mir gemeinsam im letzten Jahr, glaube ich, festgestellt, dass wirklich Pampers Baby Dry so unser Ding ist. Und ja, da bleiben wir vermutlich dann auch erstmal bei. Genau. Aber bei dem Essen, da testen wir uns ein bisschen durch. Und dann kann ich euch auch immer mal unterschiedliches Feedback geben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.